Da! Ich muss die Türen hier aufkriegen. Von dem komme ich. Der ist unrelevant. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Ich brauche den. Na, geht doch. Geht doch! Das Viech der Mauer trotzdem noch. Oh, yeah. Ja? Ja? Den hätten wir. Einen haben wir noch? Super. Sehr schön. Alles, Tyler. In Ordnung. Das Loch hat mich vorhin schon irritiert, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Norm ihn einstellen. Ich würde den gerne tauschen. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, Schaden. Enttäubung, Verbrennung, Verlangsamung, Vergiftung, Ermüdung. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier Defense. Gaben einstellen. Wunder des Lebens. Du kannst einmal pro Kampf verhindern, dass jemand Kogo geschlagen wird. Setzen Sie es am besten im Kämpfen gegen starke Gegner ein. Gegenstände anbieten. Ja, kann ich dir. Ich habe so ein komisches Zeug. Das machen wir wie die anderen ständig. Das kann keiner essen. Ich glück habe mich noch so ein komisches anderes Zeug. Nee. Okay. So, das hätten wir. Objekte. Hier sind die ganzen Knödel. Elixiere und Blätter. Maximale KP. Lavendel. Rosmarin. Safran. Arte Verteidigung. Das ist ja echt mies. Kamilla, Fokus plus 2. Kapion 15. Roter Lavende. Angrausskraft plus 3. Verteidigung plus 3. Kamilla, Fokus plus 3. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Jetzt könnten wir höchstens... Elixiere. Das kann ich ja nicht im Kampf anwenden. Das ist so ein bisschen doof. So, können wir mal gucken, was haben wir hier? Irgendwas, was sich lohnt. Leben reduziert. Verbrennung reduziert. Müdigkeit könnte man jetzt nehmen. Wir müssen ja damit auch mal... Irgendwann auch mal, äh... Ja. Arbeiten. So, wie... Wir nehmen mal das mit der Ermüdung. So, das hätten wir. Der Rest ist... Ja, der Rest muss halt irgendwie funktionieren. Wir speichern das nochmal. Ausgang eh neu. Klingt gut. Puh. Okay. Dann, äh... Wollen wir mal, oder? Wollen wir mal, oder? D-D-Zell. D-Zell, oder? D-Zell, ja... D-Zell, das ist mein Leben. ですね... D-Zell, das ist alles... D-Zell, oder? Das ist meine Mutter. Dann wird das noch nicht weitergerichten, oder? Das ist mein Herz. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir werden diesen kopflosen Helion sehen, oder? Diese Schreine der Prüfung halten immer abgefahrene Sachen für uns bereit, sonst wäre sie ja auch keine richtigen Tests, schätze ich. Ich finde schön, dass ihre Haare sich auch dem Wind entsprechend bewegen. Meistens sind die Figuren ja so, dass sie angeklatschte Haare haben, als hätte man sie frisch asphaltiert. Der Ausblick ist aber ein Traum, oder? Finde ich persönlich. Da würde ich manchmal gerne First Person spielen. Wir haben zwei verschiedene Gänge. Kann man ja auch dran langlaufen? Oh Gott, jetzt habe ich gleich mal runter. Hi Norman. Manchmal lohnt es sich eben doch, nochmal zurückzulaufen. Hallo. Na? Legles. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Legles, was machst du denn schönes? 10% gegen Apoot Gegner. Brauche ich gerade nicht, mein guter. Ich würde sagen... Wir haben ja vorhin ein neues Pendel bekommen. Das setzen wir mal da drauf. Ich danke dir. Viel Spaß. Tschüssi. Das sieht doch cool aus hier, oder? Gefällt mir. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Meine Güte, das ist ja ein Riesenbauwerk. Ein Soft-Eis. Dankeschön. Wahnsinn. Wie hoch geht denn das noch? Boah, das wäre was für mich mit Höhlenangst, ne? Kein Geländer. Wind ohne Ende und dann auch hochlaufen irgendwo. Gottes Willen. Ich würde ja tausend Tode innerlich sterben. Fakt ist, bei den vielen Stufen wiegst du hinterher, aber auch ein paar Kilo weniger. Wow. Das sieht, äh, ehrlich gesagt, ziemlich cool aus. Wahnsinn. Toll. Super. Der Himmel. Das ist echt Wahnsinn, wie das hier oben aussieht. Gefällt mir total gut. Oh, das Zeichen des Winzerrafs. Cool. Das sieht echt mega schön aus. Na, auf die Prüfung bin ich jetzt mal gespannt. Auf der anderen Seite noch was stehen? Ach, hey. Ich vermute, das hier ist das Ding, wo die immer runterspringen war. Kann das sein? Oh, Gott. Ja, nett, nice, toll, weißt du was? Nee. Oh, Gott. Nee, nee. Nee, nee, wir gehen auf die andere Seite. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel niedriger, aber, äh... Nee. Äh äh Dezel? Ich habe mich verletzt, dass ich mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich nur für jemanden gegeben. Ich habe mich nicht verletzt. Was ist das, Dezel? Ich habe mich nicht verletzt. Ich bin der Kionma! Äh... Neee? Ähm... Äh... Wie bitte? ... Ich habe mich angesprochen, als ich euch das nicht schreckt. Ich habe mich angesprochen, weil ich mich wirklich nicht nötig machen kann. Ich bin mir bitte konsumtiert. Ich bin mir nicht so, was ich mich wirklich ansonsten war? Ich bin mir nicht so, wie ich mich ansprich habe. Ich bin mir nicht so, was ich bin mir wirklich ansprich. Ich bin mir nicht so, wie ich mich sicher bin. Fertig! Wenn wir die Familie gehalten haben, es gibt nichts mehr Sinn, ob ich mich für ein Gehirn möchte. ... 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 Das war's für mich. Das ist der Weg. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, dass ich es sehr gut mit einem仲間 zu tragen. Ich denke, dass es ein Familie gibt. Wenn man sich mit einem anderen denken kann, ist es ein guter Weg. Ja. Ja. Aber es ist noch nicht fertig. Das ist das. Moment. Na toll. Da hab ich was gegen. Wie ist der Terrier, Amorph, bla bla bla. Und was krieg ich als Endgänger? Einen Untoten mit Panzerung. Yay. Äh. Toll. Juhu. Ich habe dir völlig falsches gelungen. Hach. Okay. Dularan. Widerstand, Erde und Wasser. Wie praktisch. Ein Helion, der aus jemandem geboren wurde, der geköpft worden ist. Ich frage mich, ob das Gesicht auf seinem Schild sein eigenes oder das von jemand anderem ist. Er kann andere Helions herbeirufen und gibt gut Acht. Denn sein Schild scheint auch eine Waffe zu sein. Also, jetzt Lose geht das mit dem Feuer. Ja, hier wird nix hier drücken. Alles ist an der Maul. Soll ich nicht schlecht auswegen, Bodennebel. Ja? Nee, 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 nee. Du guckst hier nüscht. Ich will ja mal nix sagen, aber gekonnt ist eben gekonnt. Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlecht. Oh, ist das? Du bist ein... ...daube? Ich sage das. Wenn ich nicht so... Wir haben hier noch einen Räumen. Können Sie sich einfach runter? Ja, das ist alles gut. Ich werde mich mit dem Anruf auf dem Weg gehen. Ja, das ist alles gut. Das war wirklich gut. Wem sagst du das? Zum Glück ist die nicht runtergefallen. Na? Dankeschön. Danke. Was ist das? Ich schaue mich an. Geht's gut. Geht's für dich, die Licht und Klingeln. Danke, Werdel. Wie geht's das? Hm? Was? Danke. Was? Untertitelung. BR 2018 Errungenschaft freigeschaltet. Bestandene Prüfungen. Und damit haben wir auch diese Steam-Errungenschaft fertig. Finde ich sehr gut. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Jetzt hätte ich gerne noch einen Teleport nach Hause, bitte. Ich möchte die Strecke ehrlich gesagt, wenn es geht, nicht unbedingt zurücklaufen. Aber ich glaube, wir müssen. Na gut. Der Kampf war erstaunlich einfach. Ich muss sagen, dass wirklich die Feuerprüfung war am schwersten. Also der Gegner der Feuerprüfung war echt am schwersten, weil wir was aktivieren mussten erst mal und dadurch natürlich viel benötigt haben. Neue Kräuter. Und das hat das Ganze nicht unbedingt einfach gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht bei den anderen restlichen Prüfungen auch so etwas in der Art gehabt hätten. Weil das war ja... Also gut, okay. Erde war eigentlich sehr unspektakulär, muss ich sagen. Das war so rein, rennen, anklicken, fertig. Wind hat jetzt noch eine schöne Story. Und ja, bei Wasser fand ich den Tempel ziemlich cool. Aber ich hätte mir im Allgemeinen gewünscht, dass eigentlich die Prüfungen schwieriger sind. Also wirklich in dem Sinne schwieriger wie bei der Feuerprüfung, dass man noch... Moment, das ist die Tür. Ähm, dass man wirklich noch irgendwo, ähm, was machen muss. Mitten im Kampf. Oder sowas wie ein Enrage gibt. Dinge, die einem in den Ruinen Angst einjagen. Ja. Das wäre ja eine Meisterleistung. Das wäre ja... Ich bin nicht sicher, dass ich mich nicht verletzen kann. Manchmal ist Fliehen eine bessere Option als alles andere, das stimmt. Ich möchte gerne reisen, weil, also ich, es tut mir wirklich leid, aber ich werde hier nicht durchrennen, da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben hier schon wieder einen Kampfpunkt, ich werde wahnsinnig irgendwann. Das ist die Westungsschlucht. Das ist das. Ich nehme jetzt mal das, ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt hinkommen, aber wir werden das ja gleich sehen. Ah, okay. Da sind die, da sind die Ruinen. Okay. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich überhaupt erstmal hin? Zagliefelsenker. Los, hast du etwas gehört, das von Nutzen sein könnte? Natürlich habe ich das. Die Preise in Lough Green sind offensichtlich in den Himmel beschossen. Das ist in den entfernterliegenden Gegenden nicht ungewöhnlich, aber ich glaube, es lohnt sich nachzusehen. Okay. Wo könnten wir Informationen zu Iris-Steinen finden? Auf der großen Camelot-Bürke gibt es eine Stelle, die als Handelsposten genutzt wird. Ich setze alles darauf, dass wir dort unsere Informationen finden. Camelot-Bürke, wissen wir auch, wo das ist? Unordnung. Gibt es auch noch nichts Neues. Dann, äh, Lough Green, müssen wir erstmal hinkommen. Gliefelsenker weiß ich, wo das ist. Ich bin dafür, dass wir uns erstmal in eine Stadt begeben. Um. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.